ab 1 ja ich hab schon ich habe auch welche ihr macht die rechte seite grad aber ich mache die linke oder auch die rechte war okay hier ist hier drüben nur noch einer johann war mein gott der letzte will nicht am letzten balken jetzt schon wieder keine pistol money mehr also scheiße die kommen hier erst noch granate liegt hier müsste gut liegen ja hilfe hilfe ich will schon mal c4 land genau da immer dynamit land ich habe auch noch stolperdraht hätte ich auch noch nie das noch nicht könnte ich unten einmal ziehen das problem ist wenn die leute die die normalen spawner die sind ja kacke die laufen uns da wieder rein so ich hab mal getriggert wird schon laufen versuch direkt mit dem mg auf mich zu locken ja komm her diggi diggi komm komm zu mir komm her jetzt mit dem lng ok er kommt er kommt er kommt der spawner hat auf jeden fall grad zwei ich weiß nicht der wix achtung daran betoniert jetzt was ja wenn er ok der hoch wieder hoch wieder da scheiße zwei hits hat er auf ihn der spawner hat zwei hits ich renne mal auf der anderen seite rüber ich bin blanco was maschinengewehr betrifft spawner ist tot alles klar nur noch dem mg genau dann lasst ihn als ihr letztes machen wenn es halt geht komm 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 muss durchschlagen wir gehen einmal links drunter und gehen hoch wir können hoch wir können hoch wir können ganz hoch können wir nicht okay schade hätte ich gedacht okay der packt da falsch fest alles klar warte ich habe ich habe c4 hier unten halten ab halt immer ab da ok hatten hübs ja auch ein hübsch ich nehme die unteren ja elmes runter oder nähen noch nicht noch nicht er kommt da ist weg ist jetzt der kleinen schrott hier halt null munition doch also sniper ist auch schon mehr so auch immer neben den sakramentschüttel ok wenn wir den mal umkicken war aber trotzdem easy da habe ich mich leicht erschreckt ok zack hilft ihr an der leute ich mache guck mal hitler als seele ritter holy shit okay ist klar ist klar habe ich achte schande was jetzt aber das war noch vor die zum vor der dinge ok krass versuche das bild ja weil er da ja durchgegangen ist ja ein geheimraum oder doch nicht doch hier ist moni sehr geil ok ein maschinengewehr fehlt mir das ist einfach habe ich maschinengewehr hier hier bei mir Ach da, da, ne, hä, da. Hier ist das Snipermonik, äh, Maschinen, ja. Ach, da, ja. Mann, 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 ist das übersichtlich hier, ne, warum? Okay, joh. Kurz mal überall abklappern in Sachen... Ah, Grenades und so, ja. Also ich bin voll. Oh, ich bin auch voll. Ja, so, ist auch Kapitel 4, schätze ich, jetzt bald vorbei. Müsste eigentlich bald vorbei sein. Wir haben das komplette Dingens ja schon durch. Ja, wir sind jetzt, wir sind jetzt schon wieder im Keller sozusagen. Wir sind im Keller und ich denke mal, im Keller wird dann... Sobald, wow. Ich würde mal sagen, wir ignorieren, auch wenn die da hinten rauskommen. Ja, dann hast du mal einfach... Oh, abfliegen. Oh, help me, help me. Du kannst alle auf dem Ende einsetzen. Hey, hey. Oh, natürlich müssen wir heute auch auf der anderen Seite hoch. Ja, wo müssen wir denn hoch hier? Hier. Mein, ich weiß, was die Maschine ist, okay. Nichts Gutes. Super. Wir müssen wir sehen, jetzt schießen wir uns. Ja, hier ist schon, ich kann dir helfen. Ich bin all verbunden, was in dieser Buchung ist, okay. Könnten wir gemeinsam einen Weg. Durchsuche die Burg nach Sprengstoff. Ich gebe die Türen jetzt frei. Alle Türen? Ah, hier. Warte mal. Lol, alle Türen, okay. Okay, there must be something around that can't happen. Das heißt, hier in den... Den Räumchen muss irgendwo Sprengstoff kommen. Wo bist du denn jetzt verreckt? In einem Raum drin. Und wo? Ganz vorne, wo wir reingegangen sind. Du siehst mich an. Okay, okay, ja. Die kommen jetzt raus. Sind gepanzert. Ja. Ich habe gesagt, die sind gepanzert. Ja, okay, wir müssen ja da jetzt born, wo wir gerade waren. Aber passt alles. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass doch so viele drin sind. Ja, hier aber auch nicht. Ich habe keine Maschine mit Munition, ne? Da habe ich mich dann auch fällig. Gut, jetzt ist ja easy. Wir müssen jetzt einfach nur noch hochlaufen und den Typ Mold sagen. Bla, bla, fertig. Und akzeptieren. So, voll. Äh, dropp erstmal eine Karte. Ouch. Mach das mal das Spiel. Ja, genau. Aber ich denke mal, das wird echt nicht mehr lange gehen. Das Kapitel. Na, ne, glaube ich auch nicht. Ich glaube, ich denke mal, wir müssen den Sprengstoff holen. Und dann detonieren. Genau, detonieren und dann geht es ja wahrscheinlich schon in Kapitel 5. Ja, Kapitel 5 ist ja das Ende. Ja. Müssen wir jetzt lang? Dann haben wir das heute auch durch. Ja. Aber das war ein Tag durchgerockt. Gut, es macht auch Laune, ne? Ja, ja. Spock, also. Äh, hier genau. Alter, ist das so unübersichtlich, ne? Ja, ohne Mist, Alter. In echt brauchst du ja selbst tausend schon Jahre, bis du erstmal hier oben bist. Schaltet er die Türen dann wenigstens nacheinander frei? Also, die hier zumindest? Ja, das ist die Frage, ne? Okay. Aber wenn ich ja alles mit... Ah, ne, er ist ja mit der Burg nur verbunden. Ja, er ist ja nur mit der Burg verbunden. Wahrscheinlich detoniert dann alles. Okay, die Tür bleibt zu. Die rechte. Okay, ja, dann... Genau, also wir sollten, glaube ich, zusammen rumlaufen. Ja, macht, glaube ich, also. Guck mal, wo wir sind jetzt. Wo sind wir denn? Ach, stimmt. Ja. Denn lassen wir... Machen wir erstmal den ersten hier auf. Nice. Bleib liegen, Kollege. So. Kein Nix drin. So, ein Sprengstoff, die noch mit habe ich schon. Äh, vier Stück brauchen wir. Ich denke mal, die wären alle an den ganzen Räumen, in den drei, in vier Räumen. Das sind ja, eins, zwei, drei, vier Räume. Okay. Nice. Ja. Scheiße. Ja, fuck it, ey. Oh, umpunchen hier. Bam. Zack. Bader, bam. Was mit dem hier schon wieder jetzt kaputt? Okay, unten liegen und drauf schießen. Okay. Äh. Obwohl. Passt. Sehr schön. Liegt auf dem Bett, glaube ich, im Büchenschrank öffnen. Brauchst du noch Muni? Sniper Muni? Ja. So, gibt's hier welche. Ja, hier in dem Schrank. Darf ich hier? Und? Tür öffnen. Voll. Ah, wir können direkt von Raum zu Raum anscheinend. Äh, hier ging's gerade, ja. Zack. Da kommt, äh, äh, der kommt halt eiskalt und der Bettrunde hervorgekrochen. Rundschrank öffnen. Ist was da? Warung. Warat aktiviert. Geht doch. Irgendwas, was uns Schaden zufügt. Hier haben wir auf jeden Fall nicht wirklich was. Ja, hier ist kein Sprengstoff, oder? Ist ja hier. Ich mach mal kurz mal die Tür auf. Äh, ich geh mal hier in den. Ja. Auf hier die Kammer. Oder es sind halt zweimal zwei, das kann auch sein. Ja, ach stimmt. Okay, hier scheint nix zu sein. Ne. Das wird garantiert zweimal zwei sein. Ansonsten wird ja unlogisch dann eine zweite Tür hinten hin zu basteln. Ja. Funke ich auch. Darf ich hier? Hier hinten haben wir noch, äh, die Tür. Ja, hier wird jetzt mal eins drin sein, schätze ich mal. Ist das? Gut. Was ist das, oder was? Ja, ja, kommt leider mit Rüstung. Ja, ich mach du mal. Ich kicke hier gerade meine Skelette. Es kann natürlich sein, dass die unendlich ist. Na, unendlich zu bauen würde ich das Schwachsinn. Ja, jetzt ist weg. Hm, hier ist hier nix. Okay. Hier haben wir noch mal die Tür. Äh, okay. Ich renne gerade in den Keller rein. Haben wir hier irgendwas? Gleiche durchsuchen. Hier ist noch eins. Hier ist noch eins. Da ist eine noch. Okay, das war aber, ne? Okay. Oh, ich muss ja echt mal schnell, ganz schnell wiederbeleben. Okay. Das war jetzt heftig. Ja. Hey. Wegen früh bist du dich da schon? Keine Ahnung. Der kam da. Geh mal runter jetzt. Geht doch. Geh mal kaputt. Haben wir denn hier? Weiß nicht, wenn jetzt, müsste noch ne Tür sein, oder? Hier, 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 hier. Ja, sehr schon. Hier wird zwar, hier wird das letzte auch drin sein, schätze ich mal. Ja, hinten gibt's wieder, ah, hier, 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 hier liegt's. Da liegt's. Nice. Neues Ziel, finde ein Versteck, okay? Ah, da unten ist es. Ne, holen, den gehen wir jetzt, der Steck rein. Äh, ne, dreien, bitte. Dicki, dicki. Leul, warte. Bist nur da übergekommen. Hä, bin runtergestritten. Bin am Dicken vorbei, bin da raus. Auf der anderen Seite, okay. Ja, ja. Na, warte. Das ist nur so, das ist ja easy. Oh, nein. Ja, ich komm schon. Zack, drinnen. Kein Bock jetzt gegen die Dio. Ja, ohne Scheiß, Mann. Wer hätte das gedacht? Äh, nope. Voll? Echt voll? Ja. Alles voll, ja. Alles voll, ja. So, Mann. Ah, und das, ah, okay. Ah, ja, so. Okay, dann. Aber jetzt schnell platziert, dass du mir mit an den Hauptgeneratoren. Ah, hier. Gut, ich geh rechts, da. Äh, schmeißt erst mal eine Kranate. Oh, ups.